Und gerade auch da mit Blick auf die neue Saison, das zum Heimspiel reinungslosen Abläuft hier von uns im Fritz-Wachter-Stadion. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne als freiwilliger Helfer bewerben. Neu dort heißt das Volontieren und die Bewerbung, die funktioniert ganz einfach per Demi an volontieren.fck.de Und der Hinweis, alle, die sich so viel in den Wickenhofen zu Hause wünschen, heute wieder live im Stadion und wir haben natürlich auch wieder sein Buch dabei und das gibt es, die signiert für die Europäer nach dem Spiel in der Kronbacher-Fanhalle Nord. Also wenn ihr euer persönlich signiertes Exemplar abstatten wollt, dann kommt vorbei. Ronny Ernstl freut sich auf euren Besuch. Und wenn wir schon in der Kronbacher-Fanhalle Nord sind, dann bitten wir nochmal von vorne an Pfingsten, den 9. Juli 2019, Mallorca Partys, dort schon präsentiert die Mallorca Party Pfalz in der Kronbacher-Fanhalle Nord. Sie heißt die Mutter von Vigila Nord. Moana, 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 sie heißt die Mutter von Vigila Nord.